Und natürlich muss es Badham sein und wie sehr werde ich mich wohl heute wieder mit Billy blamieren, ist natürlich auch wieder eine angebrachte Frage. Okay. Ja, Leute. Bisschen Elfk. Nein. Oh Gott, da schön reingebammt. Painful des Todes. Ah, schade. Curve hat er nicht ganz hinbekommen. Wir haben auch keine Engravings mit dabei, muss man sagen. Oh, guter Dodge von hier. Fuck it. Das war schon stark. Dachte ich mir schon. Einen Hit haben wir drauf. Let's go. Unattacked Abel ist da. Und wir können da schön den Törn nicht reinbekommen. Let's go. Unattacked Abel komplett gewastet. Ja. Aber wo sind die anderen jetzt hingelaufen, ist die Frage. Also ehrlich. Ist eine ziemlich berechtigte Frage, oder? Ist eine ziemlich berechtigte Frage. Was? Was? Wirklich beim einzigen, den ich nicht abgecheckt habe, oder was? Wirklich beim einzigen Generator, den ich nicht abgecheckt habe. Okay, nee. Bei den einzigen beiden, die ich nicht abgecheckt habe. Okay. Was? Ja, okay. Nein. Das hat er gut gemacht, leider. Das hat er leider ehrlich gut gemacht. Muss man einfach sagen. Ah, da fehlen die Engravings. Das merkt man auch. Okay. Da mindgamen wir ein bisschen aus. Ich nehme die Loadpros gleich raus. Ich bin so scheiße, oh Gott. Okay. Ja, wir hoffen natürlich, dass es noch besser laufen wird jetzt bald. Aber scheint nicht so zu sein. Wir gehen wieder rein für den Snipe des Jahrtausends. Und bumpen wieder wo rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin ja so ein schlechter Billy. Ich würde so gern Snipe siten, aber Badham ist halt auch wirklich nicht die Map. Reden wir da mal nicht drüber, ne? Bruder, ich will doch einfach nur da durch. Bruder, ja, guck nicht so, du Bastisch. Was soll denn das? Okay. Okay, dann machen wir das mal so. Dann machen wir das wenigstens mal so. Och du, meine Güte. Das ist wieder das Billy Gameplay, was man von mir auch gewohnt ist. Das ist halt wirklich das Billy Gameplay, was man von mir auch kennt. Okay. Ich habe leider keine Zeit für ihn zu gehen. Ich muss da runter. Wie weit? What the fuck, wie weit? Ich muss poppen. Ich muss poppen. Sonst zieht es nicht so gut aus für mich. Achso, sie ist hoch. Bin ich auch nicht so geil. Ja, okay. Aber der Outplay kommt, indem du jetzt hier denkst. Ja, es ist okay, Mama. Aber wir haben auch ehrlich keine Zeit jetzt für Undetectable Snipe zu gehen, leider. Ist belastend, aber die Zeit haben wir gerade gar nicht. Genau deshalb auch. Genau deshalb haben wir die Zeit nicht. Okay, wartet. Wir kommen von einem Engel, der nicht expected wird. Wird doch expected, okay. Okay, ja. Dann muss der Walter wieder sein. Ja, ist einfach da drüben hingelaufen. Unlucky, aber... Was willst du tun? Ah! Falsch rumgezogen, leider. Ja. Pop kommt noch rauf. Ist auch geil, aber... Ist auch hart. Warte mal, was? Warte mal, was? Mann, ich dachte, sie wird einfach bacon des Todes. Naja, er dodged nicht rein. Das wäre natürlich schön gewesen. Aber so schön wird es nicht sein. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das überhaupt? Okay. Das wird jetzt sehr, sehr belastend. Wir haben den Nicolas Cage. Das habe ich gar nicht mal mitbekommen. Ja, come on. Schöne Fail runter, I guess. Schöne Fail runter, I guess. Ja, was willst du manchmal auch tun? Was willst du manchmal aber auch tun? Wenn man einfach unterlegen ist. Ist das halt nicht sogar... Okay. Was machst du hier? Wollen wir da mal drüber reden? Wir bekommen den Pick-up sogar okay. Wenigstens etwas. Bringt es uns viel? Wahrscheinlich nicht, aber... Ja, come on. Also was soll das? Was soll das denn überhaupt, Leute? Ist nicht hier gewesen, wo ich expected hab. Was? Das darf er nicht bekommen. Da bekomme ich Turn nicht mehr hin. Schade. Aber expected. Und da belasten wir das lieber auch mal dabei, ne? Ja, shit, ne? Ich habe nicht meine Ahnung, wo die sind. Ich habe nicht meine Ahnung, nehme ich, wo die sind. Sind die wirklich alle weg? Warte, habe ich da nicht gerade jemanden gesehen? Doch, die sind noch hier, okay. Okay. Nicolas fucking Cage. Du kleiner Wegster. Reden wir nicht drüber, oder? Reden wir einfach nicht drüber. Ja, belasten. Ja, als ob ich den nicht mal mehr bekomme. Ja. Nette Fail-Runde, I guess. Aber mehr halt auch nicht. Ja. Ähm, da wäre die Hedgehog noch. Ja, komm. Ja, komm. Habt Spaß mit dem Bullshit, den ich hier zusammengespielt habe. Ach, come on. Ja, war jetzt nicht die eleganteste Runde mit Billy. War jetzt nicht die elegant... Ach, come on. Ach, was ist das? Ich will doch noch Billy, ich will doch noch Billy spielen. Rein geht's auch schon mit einem Map of a Ring. Let's go. Da freue ich mich ja schon fast. Da freue ich mich ja schon fast. Komm. Wir hitten einfach direkt den Shot hier. Boah, die dodgen leider nicht mal. Oder bewegen sich nicht mal. Die gehen direkt auf den General. Ah. Okay, warte mal. Prediction. Ach, was? Was? Okay. Ein bisschen belastend, aber ey. Nehmen wir an. Ey, das tut schon ein bisschen weh auch. Ähm. Hä? Hä? Der hat mich so verwirrt, der Junge gerade. Der hat mich so verwirrt, der Junge gerade. Wirklich. Okay. Alles fein. Wir müssen einfach nur ruhig bleiben. Haufen und beten ein bisschen. Dann hauen wir den Snipe des Jahrtausends raus. Ich habe gar nichts gesehen halt auch. Warte mal. Kann man das nicht ziemlich gut auch so machen jetzt? Oh, warte. Hey, wirklich. Was ist denn da jetzt los? Wo ist denn jetzt der Wurm drin? Wo ist jetzt der Wurm drin, frage ich mich. Ist ehrlich, wo ist er? Da habe ich doch gerade einen Stepper gehört. Na, schade. Nice, der Hit. Boah, nee. Vollkommen falsch rübergezogen. Nein, was mache ich hier gerade? Okay. Ganz komisch. Wirklich, wirklich ganz, ganz komisch. Hm. Okay. Na, schade. Wo sind aber auch alle? Okay. Da kann ich auch nirgends durchritten. Das hat das Problem. Ja, okay. Ja, dachte ich mir schon, dass du das denkst, ne? Ja. Wichtig. Haha, was war sein Plan? Okay. Einfach direkt mal reload. Vielleicht bekommen wir mit Darkness Revealed ein bisschen Value rein. Ja. Junge, was hitte ich gerade für fucking Scheiss Shots? Gar nichts hitte ich hier. Junge, was zum... Oh mein Gott. Das ist eine richtig belastene Runde bislang. Das ist eine richtig belastene Runde. Okay, warte. Den Hit könnten wir sogar bekommen. Aber, nee, gar nicht. Also, wenn ich so spiele, gerade gar nicht. Warte mal. Okay, bekommen wir einen Walter? Nee, okay. Warte, was? Okay. Versteh schon. Ja, schade. Ja, was war das jetzt schon wieder für ein Try? Okay. Es ist ziemlich weird, was hier abgeht, sage ich mal. Okay, warte. Schade. Natürlich ist das nicht so sick gerade, ne? Ist uns hoffentlich allen klar. Ja, ja. Die Map ist auch nicht mal so geil, ne? Die Map ist halt auch nicht mal so geil. Aber ich dachte, ich könnte durch den Schlitz hier schießen. Warte mal. Natürlich geht das nicht. Schade. Das wäre auch zu nice gewesen, auch. Das wäre auch zu nice gewesen, auch. Was? Also, ich hit momentan aber auch gar nichts. Junge, die dodged aber auch nicht, ne? Locker auf der Map auch wieder genial. Oh Gott, wie scheiße spiele ich gerade. Ja, die Map aber auch. Das Map Offering. Oh, warte mal. Es könnte sogar was werden. Ja, es könnte gar nichts werden. Ah, schade. Was mache ich hier gerade? Was mache ich hier gerade? Nein, Junge, ich habe... Oh, fail. Huge, huge fail. Was war da? Leute? Leute? Okay, na, ist Deutsch. Nein. Macht's ja halt nicht. Der Fehler wäre auch ein bisschen dumm gewesen, ne? Okay. Okay. Einfach mal picken. Naja. Bin froh, dass Flashlights wieder weg sind. Bin ich echt froh. Das kannst du halt nicht bekommen. Das wissen wir hoffentlich wenigstens beide. Oh, nicht mal Basement hier. Sehr belastend. Aber in netter Aufwärmrunde für die richtige dann. Warte mal, hä? Was sind denn alle? Oh, da drüben ist halt auch noch ein Gate, ne? Das kann gar nicht so fliegen, wie ich will. Okay. Weed läuft hier vorbei. Was? Die pickt da wirklich einfach, hä? Also, what the fuck? What the hell? Nice. Okay. Schade. Wir greenen jetzt mal ein bisschen rein. Wo, wo, wo waren die? War noch hier, oder? Aha. Was? 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 What the fuck? Ganz weird. Wirklich einfach nur ganz weird. Okay. Okay. Ähm. Okay. Ja den forsten wir jetzt raus und dann haben wir trotzdem mal ziemlich gut geklatscht ne? Ok. Warum habt ihr das noch gefroht? Also für was denn? Was war der Plan dahinter? Ich höre euch hier. Ich höre euch hier ganz genau. Ja okay. Nett. Sehr sehr nett I guess. Aber ey. Wir sind einfach mal zufrieden jetzt auch damit. Warte mal wo ist die andere? Nett gecomebacked halt auch. Ich schau mal ob die schon im Gate. Der hätte jetzt doch never schon so weit gecrawled oder? Ne? Wo zur Hölle ist die? Wo zur Hölle ist die denn? Na ist mir auch ziemlich egal wenn du raus gehst. Ich will einfach nur dass die Runde vorbei ist eigentlich. Wir jetzt nicht warten bis ihr alle zu Tode geslackt seid oder so. Habe ich jetzt nicht mal so viel bock drauf. Ob du es mir glaubst oder nicht. Wird doch nicht noch immer hier sein oder? Hä? Habt ihr ein Hedgeoffering oder was ist der Plan jetzt? Da bist du. Oh. Uh. Ah. Ja war ne nette Runde aber nicht das was ich mir gewünscht habe jetzt mal wenn ich ehrlich bin. Deshalb war das jetzt ein Fail. Das war das jetzt ein Fail.